Hier ist einer. Direkt dort an meinem Sniperplatz. Ja, ich kann nichts machen. Das kotzt mich an. Hallo Menschen und herzlich willkommen. Der Sensor Survivor wieder hier. Heute wieder mit drei in eins. Also drei Raids in einem Video. Zwei ersten sind ziemlich kurz. Im ersten sind wir auf Wutz. Ist kein Lunchbox zu suchen. Im zweiten waren wir mit Beutel auf Customs. Da musst du LKW markieren und nochmal ins Office beim Big Red. Und im dritten ist dann ein Full Raid. Der ging auch leider nicht so lang. Da waren wir mit Sascha und Klaus auf Wutz. Sascha musste Skews erschießen und war auch irgendwie ein bisschen niedergeschlagen, weil er in dem Vibe bisher noch nicht so weit gekommen ist. Naja, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß. Zieht es euch rein. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like. Da würde ich mich riesig freuen, wie immer. Bis dahin. Tschüssi, euer Sensless. Matsa, hast du eine Zweitwaffe? Ja. Okay. Aber da habe ich bloß noch 15 Schuss drin. Ich hätte dir sonst meine Sniper gegeben, dass du auch mal ein paar Skews abdickst. Nö, passt schon beide. Vielleicht sind ja noch welche im Dorf. Naja, deswegen hätte ich dir meine Sniper gegeben, dass du die in Weiden wegknallen kannst. Ja, ja. Dass du ja nicht ganz ohne rausgehst. Och. Hauptsache, da kommen Leben raus. Ja, das kann ich nicht versprechen. Mhm. Mein schönes Iskra-Scheiß-Ding möchte ich unkann da verlieren. Deswegen gehe ich mal vor. Ich checke erst mal diesen Sniper-Scheiß hier. Mhm. Oh, es ist meine Wund aufgegangen. Die alte Kriegsverletzung. Ja. Dass man sich nicht mehr am Gebüsch hinlegen kann, Alter. Das ist doch so eine Kotze. Ja, das ist so. Kloppt. Ja, da weißt du doch jetzt, also wenn jetzt irgendwo ein Sniper sitzt und sieht, dass ich hier ins Gebüsch gehe, dann braucht er bloß... Hier ist einer. Direkt dort an meinem Sniperplatz. Ja, ich kann nichts machen. Das kotz mich an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Tests sind da. Schau das mal an, ey. Nein! Wie das denn? Ich weiß es nicht. Der war unten an dem Felsen. Benji, hilf mir doch mal. Ja! Ich bin genau im Kreuzfeuernetz, ne? Der ist dort, wo ich immer liege. Ich weiß. Ich hab ihn gesehen. Aber du hast auch auf mich geschossen in dem Moment, weil ich genau da liege, wo er auch ist. Bist du das, Benji? Nein! Au! Der hat ein Pilgrim-Off. Ja! Das müssen zwei sein, Beutel. Ja! Hilfe! Hab ich ihn? Oh, jetzt bin ich auch tot. Scheiße! Was war denn das für ein Scheiß? Ah! Wir haben eine Medizin gefunden. Oh, cool. Und Morphin. Nice! Ich bin gleich am Tanklaster, oder? Nur Schrott. Am besten Beutel geben. Schockbatterie. Schrott, ja. Beutel ist der Schrott-Hammler. Da war ich noch zu der anderen Halle. Ja. Zu der anderen Blauen Hütte. Da! Geh! Da! Zwei Spieler. Alter, die sind... Die bleibt drinnen in der Hütte. Ja, okay. Die sind ja direkt auf uns zugekommen. Nein, aber jetzt zwei Mann waren das. Ja. Ja, ja. Die rennt fast. Ich glaube, die sind draußen, ne? Beutel, wo bist du? Ich bin noch am LKW. Und ich gehe jetzt zu den... Pass auf, Matze, die kommen durch die Stalltür durch. Ja, ja. Ja, wieso macht das keinen Headshot? Alter, scheiße. Hat harte Hits gekriegt von mir. Okay, dann renne ich ihm da her. Kommst du da rein? Stalltür? Ja, ich bin raus. Ich bin raus, Klaus. Gehst du die Garage, Alter? Kauen, erst fertig. Ja, gut. Einer ist am Durchbruch. Beutel. Komm mal vor. Kommt, außen kommt noch wat. Ja, ich höre ihn. Ich bin rechts von euch. Ich höre ihn, ja. Er hat mich jetzt auf dem Kiger. Wo ist der Beutel? Am Durchbruch. Ich sehe keinen. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Oh, dass ein riesen Blutflex kann sind, dass ich ihn gekillt habe. Stimmt. Klaus, kommst du? Ich komme auch durch den Durchbruch. Okay, okay. Ja, ja, ja. Ja, der liegt hier tot. Der liegt hier tot. Leute. Okay, ich gehe mal hier kurz in den Container. Jacke looten. Echt? Habe ich den mit der billigen Schrotflinte, habe ich ihn einmal getroffen? Nee, der hat ganz viel Hits von mir gekriegt. Achso. Alter. Was denn? Alter. Was denn? Ich habe eine Tor-IC gefunden. Hä? Kenne ich nicht. Was? Inspekt. Eine Amor-Dings-6. Echt? Und ein Helm-4. Alter. Guckt euch mal das Ding an. Ich kann jetzt nicht. Wartet. Ich muss auch mal eben klippen. Oh, warte. Ich bin ja verletzt. Aber was ist ja los? Oh, ich habe einen Bruch. Ich habe gar keine Ersatz-Muni mit. War auch nicht schlecht. Was brauchst du für Ersatz-Muni? Ich habe ja noch zwei Magazine voll. 556. Ach, ja. Guck mal fort. HK-Muni halt. 555-39. Mhm. Okay. Soll ich mitkommen zu deiner Leiche? Ja. Um die Ecke und geradeaus vor. Der war vorne auf dem Hügel. Kurz vorm Balkon. Ich gehe jetzt rein Richtung Big Red. Okay. Wo seid ihr? Wir sind vorne am Hügel. An dem Beinschienen, an dem Hügel, an dem Häuschen. Okay, ich gehe jetzt ins Big Red rein. Ja, da hat er ja nicht die Welt. Ein SKS hat er. Die Tür oben ist offen. Ja, da waren die beiden Dudes drin. Mhm. Matze, dann können wir noch mal zu dem anderen blauen Häuschen gehen. Ja. Ich kann dir nur PPGS geben. Habe ich gerade gefunden. Ja, ist auch okay, Beutel. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht viel Besseres drin. Braucht jemand einen Helm von euch? Nein, einen Helm habe ich auch. Ja, habe ich auch. Ich gehe mal kurz ins Büro gucken. Vielleicht haben die ja einen Folder auf Intelligence im Mülleimer übersehen. So, kommen wir durchs Set, Klaus. Ja, ja, ja. Ach, so weit seid ihr schon? Nee, wir kommen ja zurück. Wir wollen in die blaue Hütte hinten. Ah, ja. Wir gehen zwischen Zug und Betonwand entlang. Also, okay. Ich komme jetzt auch hinten raus. Richtung Klaue. Ich werde jetzt zurück. Oh, ein Scab. Da ist noch ein Zweiter. Wo? Habe ich auf dich geschossen, Beutel? Ach so, es kann sein. Das warst du weiter hinten, ja. Ja. Hast mich auch nicht getroffen. Okay, ich dachte, es war ein Scab. Der Scab ist Minus. Ein Bekannter. Oh, wir sind am Tor. Das hört sich an, ne? Ja. Ja, ja. So, ich gehe direkt zum Auto nach raus, ne? Jut, mach's gut, Klaus. War schön mit dir. Lassen wir den guten Stash liegen, ey. Ja, du willst doch Scab-Skills machen, oder? Ja. Also, ich renne jetzt rein, wenn Scabs sind. Wir looten und du machst Scab-Skills. Kann ich für nichts garantieren. So, Sascha, wo bist du? Komme gerade, Fußhaltestelle rechte Seite. Ich renne mal, nee, ich renne hier rein. Nein, renne ich hinter eins. Okay. Ich gehe ins Schweinehaus. Ich brauche noch Gasanalyzer, CT-Rumlaufwerk und so ein Schraubenzieher. Der Beutel wird da wieder meckern. Das heißt, schau auf die Dreher. Hier läuft was bei mir. Bei mir vorm Haus läuft ein Skeff her. Du bist in meinem Haus drüben, auf der anderen Seite, im Einzelnen. Der ist jetzt aufs Gelände gelaufen. Ich komme rüber. Der ist hier am Gewächshaus, direkt um die Ecke hier. Dass der mich nicht getriggert hat. Er wächst über sich hinaus. Oh, das bist ja du, Alter. Ich habe gesagt, am Gewächshaus. Alter. Du bist im Haus. Schon geht es wieder los. Brauchst du Sorge noch? Sascha, brauchst du noch Emilia oder sowas? Nee, das habe ich schon. Sorry, Klaus. In Spieke geschossen. Gut, ich wieder rüber. Sorry, nochmal. Das ist der Dude vom Skeff da gelassen. Kann ich dir gerne was geben, wenn du was willst. Nein, alles gut. So, ich komme rüber, Klaus, zu dir. Sascha, mach dir jetzt nicht so einen Kopf. Das wird alles schon. Wenn du den jetzt so... Da steigerst du dich nur rein. Was? Du hast Besuch? Deppstraße. Spieler. Spielerstraße. Hat keinen Helm auf, wenn ich es richtig gesehen habe. Warte, ich muss kurz Vaseline nehmen. Ah, Vaseline, ja. Hat er auf dich geschossen? Ja. Kurz, kurzärmlich, kein Helm. Nate reingeschmissen. Ich verstehe nicht, warum er nicht umgefallen ist, Alter. Ich glaube, ich habe ein Minus bei euch. Bin nicht sicher. Wo ist der Zweite? Wisst ihr das? Ich stand nebeneinander auf der Straße vorne. Klaus, stappst du im Haus? Ja, ich bin unten. Du bist draußen, ne? Ja. Wegt sich, glaube ich, vor meinem Haus. Ich muss kurz nachstecken, dann komme ich rüber. Ich höre ja auch jemand schleichen hier. Bei uns? Bin mir nicht sicher. Ich bin auch. Holz. Seid ihr wahrscheinlich. Ja, das bin ich. Ich bin echt. Ich bin draußen, am Hänger. Ich auch, ich bin in der Hütte. Ich bin im Schweinehaus. Und ihr wart safe zu zweit? Ja. Ich renne wieder. Wie die Nets. Es müssten zwei sein, stehen. Ich renne hinten rum. Hinter unserem Haus. Ich höre dich. Ja, vor meinem Haus. Also vor Schweinehaus. Minus. Ich gehe ins Schweinehaus hoch. Okay. Liegt einer auf der Straße vorm, vor Matses Haus? Nein. Ich habe im Tor gekniet. Also ich liege jetzt bei dem, den ich jetzt gerade erschossen habe. Es waren beide nicht gegiert und ich habe vorhin schon auf den geschossen und er fiel einfach nicht um, Alter. Oh, im Eingangstürchen, richtig? Also ich liege... Wo hast denn den erschossen? Ich komme jetzt aus dem Schweinehaus raus, auf die Straße. Ich liege direkt neben meinem Haus. wenn du kommst. Ich höre dich. Ich höre dich rennen. Du kommst auf mich. Ey! Wer war denn das? Das ist oben. Oben? Also vorm Sniperhügel kam das. Direkt vorm Zaun. Vorm Zaun. Ja. Bock da an Frack, Alter. Was ist das für ein Hund? Ich dachte, du kommst, Alter, scheiße. Ach, fuck. Brauchen wir mal eine Zange nehmen, Klaus? Ja, pass auf. Ja, sei da rum. Kun. Ja. Bis zum nächsten Mal.